Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Unterstützer, jetzt zählt's. Wir sind in den letzten Stunden und jetzt zählt's wirklich jede einzelne Stimme. Lasst uns noch diese Zeit nutzen. Viele sind noch unentschlossen. Manche entscheiden sich erst auf dem Weg zur Wahlurne. Das ist unsere Chance. Bei allen diesen Wahlkampfständen, bei den vielen Veranstaltungen, habe ich immer wieder gemerkt, wir haben das richtige Programm. Wir haben die richtigen Antworten auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen sie nur noch rüberbringen. Also mithelfen und kämpfen bis zur letzten Minute. Und dann werden wir ein Bombenergebnis einfahren und dafür sorgen, dass manches Umfrageinstitut ein böses Erwachen hat. Auf geht's!